Herzlich Willkommen zu einem anderen Workout Video hier mit uns. Diesmal bin ich hier mit Aurelio und Nicolin und hier helfen wir euch heute ein bisschen zeigen. Wir machen heute wieder mal 5 Übungen. Einerseits machen wir den Hampelmann, das sollten ihr alle kennen. Dann machen wir Kniebüge mit einem Sprung. Ein Ausfallschritt kommt dann noch dazu als dritte Übung. Als vierte Übung machen wir einen Katzenbuckel und Holzkreuz. Das zeige ich euch nachher noch wie das geht. Und am Schluss machen wir noch einen Plank und dann sind wir mit dem Video auch schon fertig. Sind wir bereit? Ja, du auch? Super. Dann machen wir das, in 5 Sekunden geht es los. Wir machen es mir einfach noch, dann kommt das gut. Und 2, 1 und den Hampelmann. Super machen wir das. Aufpassen und ausrutschen. Da ist das Rutschen. Ja genau. Super. Noch 7 Sekunden. Bis zum Schluss dranbleiben. Super. Super. Dann haben wir Pause. Dann haben wir 20 Sekunden Pause und dann geht es weiter. Sind ihr schon müde? Ja. Genau so ist es gut. Ich habe schon in dem Vorabschlussvideo gemacht. Aber es kommt gut. Gut. Also wir haben noch 5 Sekunden Pause. Und dann kommen wir Kniebüge mit dem Sprung. Wann ist es incapaz. Also ich kann das so schwierig machen. Aber und springen. Und springen! Und springen. Und springen. Und springen. Und springen. Fast die Hälfte geschafft. Wir sind in der Hälfte. Ja genau. Und noch 5 Sekunden, noch 3, noch 2 und wir sind fertig. Super, streng war es? Immer noch nicht. Gut, also wir haben noch eine kleine Pause. Wir haben noch einen Ausfallschritt. Sind wir wieder bereit? Gut, wir haben noch 4, 3, 2, 1 und wir gehen ab und wir drehen in die Richtung, wo wir drauf stehen mit unserem Oberkörper. Genau, so und drehen und drehen und drehen und drehen. Wir sind schon fast fertig. Noch 5 Sekunden. Einen machen wir noch. Wir machen noch einen letzten und wir sind fertig. Super, noch mehr als die Hälfte geschafft. Super, ja, gut. Machen wir noch die letzten 2. Also noch 5 Sekunden Pause. Wir können schon mal in die Position gehen. So, komm auf die Knie runter. Und in die Liegestützposition. So. Füttchen hoch und füttchen runter. 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 Ja, genau. So und runter. Und ding und runter. Noch 5 Sekunden, 3, noch 4, noch 3, noch 2. Wir sind fertig. Super, super. Super, gut. Dann aufstehen, jetzt durchatmen. Dann machen wir noch die letzte Übung und dann sind wir schon fertig. Ist schon ein bisschen müde? Immer noch nicht. So ist es gut. Das will ich sehen. Gut. 5 Sekunden Pause. Wir können wieder auf die Knie gehen. Wir sind wieder in die Position. Gut. Die Plenken haben wir auch schon gemacht. So. Und hoch und schön in einer Linie bleiben. Und jetzt müssen wir einfach durch das Draht bleiben. Die Räder miteinander flüttchen. Und jetzt, wie es auch besser passt. Hälfte haben wir. Draht bleiben. Mit der Zufel, mit der Rufel. Ja, genau. Er fängt. Gut. Wir sind jetzt. Genau. Jetzt. Fertig. Super, habt ihr das gemacht, Jungs. Immer noch ein High Five zum Schluss. Ich bin stolz auf euch. Super. Das war es von unserer Seite. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, auf unserer Webseite. Denkt daran, Bewege ist gesund. Das haben die hier geschafft. Ich nehme mir so gut. Aber es ist eine alte Klasse super. Also weiter so. Und das war es von unserer Seite. Danke vielmals hier an meine Unterstützung. Und ja. Bis zum nächsten Mal.